Charles Watson Wentworth II. Marcus of Rockingham, KG. PC war ein britischer WHIG-Politiker und zweimal Premierminister des Vereinigten Königreichs. Er wurde als achtes Kind von insgesamt zehn von Thomas Watson Wentworth I. Baron Malthon im Wentworth Woodhouse bei Rodham geboren. Zu seinen Vorfahren gehörte Thomas Wentworth I. Earl of Strafford Sein Vater wurde 1733 zum Earl of Malthon und 1746 zum Marcus of Rockingham in der Peerage of Crete, Britain erhoben. Charles Watson Wentworth überlebte als einziger Sohn die Pubertät. Was ihn 1739 zum Titel erbemachte, er führte den Höflichkeitstitel Wiscount Heim. Watson Wentworth besuchte die Westminster School und das St. John's College, Cambridge. 1746 wurde er oberst in einem Regiment Freiwilliger, wo er William Augustus Duke of Camberland kennenlernte, mit dem ihn eine lebenslange Freundschaft verbannt. Seine Einheit kämpfte gegen die Truppen von Charles Edward Stuart während des zweiten Jakobiten Aufstandes. 1750 wurde er zum Earl Malthon in der Peerage of Ireland erhoben, noch im selben Jahr folgte er seinem Vater nach dessen Tode in seine Titel nach. Er heiratete am 26. Februar 1752 die 16-jährige Mary Breit, die Ehe blieb kinderlos. 1761 bekam er den Hosenbandorden verliehen, 1763 wurde er Gouverneur von Charterhouse. Auf Veranlassung seines Freundes Dessiukov-Camberland wurde Watson Wentworth im Juli 1765 Premierminister. Sowohl der Herzog als auch mehrere engelpolitische Freunde wie Thomas Pelham Hollis I, Duke of Newcastle Pontine und Augustus Fitzroy III, Duke of Graf Thun, traten in die Regierung ein. Persönlicher Privatsekretär wurde der anglo-irische Schriftsteller, Staatsphilosoph und Politiker Edmund Burke, mit dem ihm bis zu seinem Tode eine engelpersönliche Freundschaft verbannt. Obgleich Watson Wentworth sich insbesondere um eine Verbesserung der Beziehungen zu den nordamerikanischen Kolonien bemühte, zerbrach die Regierung schon nach einem Jahr an internen Differenzen. Die folgenden 16 Jahre blieb Watson Wentworth in der Opposition. Er unterstützte weiterhin die verfassungsmäßigen Rechte der nordamerikanischen Kolonisten und später auch deren Unabhängigkeit. Im März 1782 wurde er zum zweiten Mal Premierminister. Er leitete eine Politik der Versöhnung mit den Vereinigten Staaten ein und erkannte deren Unabhängigkeit an. Der Markus blieb aber nur noch die kurze Zeit bis zu seinem Tod im Amt. Als Watson Wentworth am 1. Juli 1782 verstarb, erloschen die von ihm getragenen Adelstitel. Sein Erbe wurde sein Neffe William Fitzwilliam. 4. Elfitz William